So, auf geht's! Boah, 10 Kilometer Sprint. Aber auch nur eine Runde. Hier sind wir also in Okutama mit einem weiteren spannenden Event der GRID World Series. Was kannst du uns zur Strecke verraten? Also, wenn es einen Ort gibt, an dem man... Oh, ich glaube, dass er geht! 13 Kilometer ist natürlich nicht das Beste, um das zu gewinnen. Die Schatten haben sich nicht verbrannt. Zum Beispiel, dass die Außenbahn ein bisschen besser ist als die Innenbahn. Zum Beispiel, dass die Außenbahn ein bisschen besser ist als die Innenbahn. Da müssen wir die Luke... Wollt ihr mir die Luke nicht auflassen? Der geht hier. So. Viertel lustig, Trick ist rum. Ja, ja, ja. Vorsicht! Du hast dieses Auto einmal zu oft gerammt. Ja, der hört sich. Ich möchte so einen P3 nicht wieder hergeben. Jaaa, ich bin schon am Sack! Ich bin ein bisschen konzentriert, dass ich... während das Rennliste dann kommt. Ich muss auch nicht vorbei irgendwann mal. So, Heizzeit. Na? Ja, und den würde ich natürlich nicht vorbeilassen. So, wir waren mal wieder vorbei. Und jetzt möchte ich mir gerne die Spitze holen davon, dass es durch den Porsche sein. 70% haben wir mittlerweile über ein Viertel welcher Fans rum. Oh, der ist ja gespielt. Abbiegen. Abbiegen. So, 80%. Ich habe beide an der Backe kleben. Aber Fehler, die Führung ist weg. So, mit der Kugeln können wir doch ein bisschen absetzen jetzt. So, mit der Kugeln können wir doch ein bisschen absetzen jetzt. Dann haben wir noch ein Rennen. Dann haben wir es. So, geht jetzt sofort weiter. Auf. so es geht in die alles entscheidende letzte runde was denkst du gerade so stehen wir weiter vorne erst mal kassiert Ich bin ein bisschen weh von meinem Kollegen. Jetzt haben wir das Doppelführung im Platztausch. Das heißt, ich muss noch ein bisschen konzentrieren hier. Da sind wir heute nach Hause fahren und trocknen. Ich schaue das Doppelfort. Ich schaue das Doppelfort. Ich halte Zeit. Ich halte Zeit. So, 60% gleich. Ich halte jetzt. Ich halte Zeit. Ich halte Zeit. Ich halte Zeit. So, jetzt haben wir einfach so 80%. Und dann haben wir noch die Doppelführung. Das ist sie. Ich halte Zeit. 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 Ich halte Zeit.